Nomen-Verb-Verbindungen setzen Sie ein. In Anspruch nehmen. Kontakt aufnehmen mit Dativ. Bezug nehmen auf Akkusativ. In Angriff nehmen. Freundschaft schließen mit Dativ. Kontakte aufnehmen mit Dativ. Einen Mordbegehen an Dativ. Antwort geben auf Akkusativ. sich Mühe geben bei Dativ. Druck ausüben auf Akkusativ. Zu einer Einsicht kommen. In Schwierigkeiten geraten. Den Eindruck gewinnen. Eine Rede halten. In Frage kommen. Zur Sprache kommen. Einen Beitrag leisten. Angst haben vor. Dativ. Mut haben. Rache üben an Dativ. Stellung nehmen zu Dativ. Fragen stellen. In Frage stellen oder kommen. Eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen. Auf Kritik stoßen. Handel treiben mit Dativ. Interesse zeigen oder wecken. Interesse haben an Dativ. In Betracht ziehen. Bescheid wissen über Akkusativ. Bescheid geben. Ärger haben mit Dativ. Abschritte. Lasst ein schif. Bescheid geben. Bescheid geben. Was. $%& $%&%$%& $%&%& $%&%& $%&%&%&%&%!! $%&$&%&%& $$%&%& $%&%&%